14 Uhr und damit herzlich willkommen am Freitag bei MDRM 2 Ihnen einen schönen guten Tag. Und das sind einige unserer Themen heute. Und zu Beginn schauen wir nach Dresden. Dort sind an dieser Kreuzung zwei Autos heftig ineinander gekracht. Und die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Großalarm für alle verfügbaren Einsatzkräfte im ostsächsischen Neukirch. In dem kleinen Örtchen in der Lausitz wurde ein Einfamilienhaus durch eine heftige Explosion stark beschädigt. Und der Hausbewohner wurde schwer verletzt. Barbara Kreuzer aus Neukirch. Dankeschön. In vielen Städten Deutschlands war heute Morgen ein ähnliches Bild zu sehen. Tausende Beschäftigte der Elektro- und Metallindustrie standen bekleidet mit Warnwesten vor den Werkstoren ihrer Firmen. Am dritten Streiktag sollte es nach den Zulieferern gestern, heute also die Automobilindustrie direkt treffen. Und auch bei Volkswagen in Zwickau, da wird seit heute Morgen nicht mehr gearbeitet. Vielen Dank Sven Böttger für die Informationen live aus Zwickau. Dankeschön. Ja, es gibt Situationen im Leben, da ist es zweifellos nützlich ein Taxi zu rufen, um nach einer feuchtfröhlichen Feier nach Hause zu kommen zum Beispiel. Aber auch wenn man Opfer eines telefonischen Betruges werden soll, kann ein Taxi helfen. Aber vorausgesetzt, am Steuer sitzt jemand wie Katrin Höde aus Dessau-Roslau. Es ist eine Tat, über die in Chemnitz viel geredet worden ist. In der sächsischen Stadt ist Anfang Januar eine kurdische Bäckerei mit Nazi-Symbolen beschmiert worden. Was die Täter offenbar nicht wussten, sechs Überwachungskameras haben sie dabei gefilmt. Und jetzt endlich weiß die Polizei, wer die mutmaßlichen Täter sind. Diesen Neujahrstag werden die Naumanns aus Bandewitz bei Dresden wohl nie vergessen. Vor vier Wochen ist ihr Zuhause abgebrannt. Zwölf Jahre wohnten sie zusammen mit ihren drei Kindern darin. Doch binnen Minuten wurde alles ein Raub der Flammen. So schwer das Schicksal der Familie, so groß die Hilfe von Nachbarn, Fremden und auch Freunden. Es war ein schwerer Start ins Jahr, doch die Naumanns blicken nach vorn und wollen wieder bauen. Die Aufgaben eines Jägers sind ja eigentlich ganz klar. Sie sind für den Schutz des Lebensraumes von Wildtieren und ihrer Umwelt zuständig. Sie sind quasi Naturschützer mit Jagdinstinkt. Und genau diesen Jagdinstinkt haben wir die folgenden Aufnahmen einer Wärmebildkamera zu verdanken. Ungewöhnliche Bilder, auf die ein ungewöhnlicher Einsatz folgt. Der Einsatz eines Jägers aus Grebenstein in Nordhessen, der eher unverhofft auf die Jagd nach Verbrechern ging. Seitdem das Fahrrad elektromobil wurde, entdecken ja vor allem immer mehr Ältere den Spaß am Strampeln. Dank des Motors bekommt man ordentlich elektrischen Rückenwind beim Radeln, kommt flott von A nach B. Über drei Millionen der sogenannten E-Bikes haben mittlerweile in den deutschen Städten Fahrt aufgenommen. Doch der Boom der Elektrofahrräder macht sich leider auch immer häufiger durch Unfälle im Straßenverkehr bemerkbar. Viele begleitet auf dem Weg zur Arbeit ein mulmiges Gefühl, wenn sie an Baugerüsten vorbeikommen. Hoffentlich fliegt da jetzt nichts runter oder fällt irgendwas von dem Gerüst ab. Und besonders als Okanti Friederike gewütet hat, war diese Angst sehr groß. Aber nicht nur Stürme bedrohen die Standfestigkeit von Gerüsten. Einen Marder hat vermutlich jeder schon mal in seinem Auto gehabt. Und manchmal da stinkt es nur, weil sie ihr Futter auf dem Motor abgelegt haben. Oft zerbeißen sie aber auch irgendwelche Kabel. Und damit richten sie jedes Jahr einen Schaden von geschätzten 60 Millionen Euro an. Viel dagegen machen können Autobesitzer nicht. Also Hausmittel wie Hundehaare zum Beispiel, die helfen mir immer nur kurz. Im Otter-Zentrum Hankensbüttel will man jetzt versuchen, Marder-geplagten Autobesitzern zu helfen. Und diese Nachricht erschüttert viele. Die Autoindustrie lässt die Schädlichkeit von Abgasen an Tieren und auch an Menschen testen. Ein regelrechter Skandal, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn Tierversuche werden in vielen Bereichen in Deutschland eingesetzt. Doch wie viele sind das genau und was wird da eigentlich an den Tieren getestet? Morgen Abend feiert eines der größten Talente im deutschen Profiboxen sein Comeback. Tom Schwarz aus Halle an der Saale. Nach zwei Bandscheiben-Operationen will der 23-Jährige seinen WBO-Interconti-Titel verteidigen. Und den bakanten Gürtel des deutschen Meisters im Schwergewicht dazugewinnen. In den Tagen vor dem Kampf, da bewegen sich die Boxer ja kaum noch in der Trainingshalle. Und haben eher Fernsehkameras statt den Sandsack im Visier. Tja, morgen wird ab 23 Uhr wieder live geboxt hier im MDR. In Zeiten von Lebensmittelskandalen ist ja bewusstes Konsumverhalten immer mehr am Kommen. Und auch beim Fleischgenuss setzen viele da gerne auf den Metzger ihres Vertrauens. Denn der überzeugt mit Qualität, Frische und Regionalität. In der kleinen Stadt Böhl-Iggelheim in der Pfalz wird ein Fleischer derzeit von Kunden sogar geradezu überrannt. Und das liegt nicht allein am herausragenden Angebot oder der außerordentlichen Fleischeslust der Käufer. Nein, Hauptgrund ist dieser junge Mann, der im Internet ziemlich erfolgreich umkunden und gegen Vorurteile kämpft. Tja, und mehr über den Schauspieler erfahren Sie dann heute Abend bei Riverboat ab 22 Uhr hier im MDR mit Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa. So, jetzt geht es direkt rüber zu René ins MDR um 4 Studio. René, das wird heute flauschig bei dir, oder? Absolut, gebaut, nur für dich zum Freitag Nachmittag. Ich habe das schon mal gemacht, das macht riesen Spaß. Ich auch, das ist wirklich toll. Dann stellen wir uns das berichten, wie es im Thüringer Wald war. Ja, dann viel Spaß, René. Schöne Sendung euch, tschüss. Sri Lanka vereint Weltkulturerbe, ursprüngliche Natur und herrliche Strandlandschaften auf faszinierende Weise.